Liebe Gläubige, ich bin der Bischof Stefan Oster aus Passau und bin dankbar, dass ich mit Ihnen in der nächsten Zeit den Kreuzweg unseres Herrn Jesus Christus betrachten darf. Was ist der Kreuzweg? Zunächst einmal ganz wörtlich gesehen ist es der Weg, den Jesus in Jerusalem auf den Hügel Golgotha gegangen ist mit dem Kreuz, wo er dann am Kreuz gestorben ist. In Jerusalem heißt dieser Weg Via Dolorosa, die schmerzensreiche Straße, der schmerzensreiche Weg. Am Straßenrand fanden dann immer einzelne Stationen statt, wo die Menschen der verschiedenen Dinge gedacht haben, die Jesus dort erlebt hat. Also zum Beispiel, wo er gestürzt ist. Das steht jetzt nicht in der Bibel, aber das ist in der Traditionsbildung da. Dreimal ist er gestürzt oder wo er den Frauen von Jerusalem begegnet oder auch wo er seiner Mutter begegnet. Viele solche Stationen kann man dort nachgehen. Das hat die Tradition festgehalten. Und dieser Kreuzweg ist dann eine Gebetsform, eine Frömmigkeitsform in der Kirche geworden. Spätestens seit dem 18. Jahrhundert ist in jeder katholischen Kirche ein Kreuzweg mit 14 Stationen angebracht, wo er beginnt mit der Verurteilung Jesu zum Tode bis hin zur Grablege. Jesus wird ins Grab gelegt als 14. Station. Was ist der Sinn, dass wir diese Andachtsform begehen, den Kreuzweg nachgehen, innerlich nachgehen? Mehrere sinnhafte Vollzüge. Natürlich ist es zunächst Gebet. Wir beten für unsere eigenen Kreuze, die wir im Leben tragen und glauben, dass wenn wir sie mit dem Kreuz Jesu verbinden, dass wir darin auch Erleichterung finden oder auch, wenn uns manches sinnlos vorkommt, dass wir vielleicht trotzdem Sinnerfahrung machen können, weil er der Gerechteste von allen, den ungerechtesten Tod am Kreuz erlitten hat, dass er auch unser Leiden mit Sinn erfüllen kann. Wir bringen ihm auch andere Menschen in unserer Umgebung, von denen wir wissen, dass sie Kreuze tragen. Oder wir bringen ihm die Nöte und Anliegen der Welt in diesem Gebet. Aber für mich nochmal der eigentliche und tiefere Sinn von alledem ist, dass wir lernen, verstehen, lernen, wer er war und wie er war in seiner Passion. Jesus ist, glaube ich, der einzige Mensch, der in diese Welt gekommen ist, um zu sterben. Jeder andere kommt in die Welt, um zu leben. Aber Jesus wird am Ende mit seinen letzten Worten sagen, es ist vollbracht. Das heißt, er geht schon von Anfang an auf diese Dimension des Todes zu, des gewaltsamen Todes, den er auf sich nimmt, um gerade darin und dadurch den Menschen von der Angst vor dem Tod zu befreien, vom Tod überhaupt, von Sünde und den Himmel wieder aufzumachen. Deswegen ist er gekommen, um für uns zu sterben und aufzuerstehen. Mancher Bibel-Exeget sagt uns, dass die vier Evangelien im Grunde alle vier Passionserzählungen mit einer langen Einleitung sind. Das heißt, das, was wir im Folgenden betrachten wollen, das sind die Stationen des Kreuzweges der Passion, die zum Kern des Evangeliums führen. Ich lade sie ein, mit mir mitzubetrachten und mitzubeten. Wichtig ist mir dabei, dass wir die Größe des Geschehens, was da passiert, die Tiefe dessen, was Jesus durchleidet, nicht einfach irgendwie in einer schnellen Erklärung mal dahin sagen. Das wäre fast ein Vergehen an dem, was da passiert ist, sondern ich möchte Sie einladen, einfach das Herz zu öffnen, ihn zu betrachten, was er da tut, so sehr wir, so oder so, wie wir es überhaupt verstehen können, mit ihm mitzugehen und hoffentlich dadurch in eine tiefere Beziehung mit ihm zu kommen, weil am Ende geht es vor allem um das. Haben wir zu dieser Gestalt, die da gekommen ist, um für uns zu sterben und aufzuerstehen, haben wir persönlich eine Beziehung zu ihm, eine Freundschaft zu ihm, eine Nähe zu ihm, die auch uns hilft, unser Leben als Christen und Christinnen anders zu bestehen. Ich lade Sie ein, mit mir mitzubetrachten und mitzubeten. Erste Station. Jesus wird zum Tod verurteilt. Wir beten Dich an, Herr Jesus Christus, und preisen Dich, denn durch Dein heiliges Kreuz hast Du die Welt erlöst. Wir sehen auf dem Bild Jesus in der Gegenwart des Pilatus. Er wird der sein, Pilatus, der das Todesurteil ausspricht. Wie kommt es dazu? Nun, wir wissen, dass Jesus an diesem Abend zuvor das sogenannte letzte Abendmahl gefeiert hat, mit seinen Jüngern, und einen Ritus eingesetzt hat, in dem er quasi schon vorweg nimmt, dass er sterben wird. Er gibt den Jüngern die Gaben von Brot und Wein und sagt ihnen, Das ist mein Fleisch und Blut, das ich hingebe zur Vergebung der Sünden. Bei diesem Mahl ist auch Judas dabei, und Jesus überführt ihn, dass er ihn verraten wird. Judas verlässt das Geschehen. Danach gehen die Jünger mit Jesus auf den Ölberg. Und wir lesen in der Schrift, dass Jesus sich zurückzieht zum Gebet und drei seiner engeren Freunde in seine Nähe mitnimmt. Dieses Gebet ist, man könnte sagen, das wichtigste Gebetstreffen der Weltgeschichte. Jesus betet darum, dass er die Kraft bekommt, die Sünde der Welt auf sich zu nehmen. Dass er das, was er erleiden wird, in völliger Freiheit und freiwillig auf sich nimmt, damit er die Menschheit von alledem, was sie leidet, verbrochen hat, gesündigt hat, erlösen kann. Er ringt mit dem Vater und die Schrift erzählt, dass er buchstäblich Blut schwitzt. Er bittet seine drei engsten Gefährten, mit ihm zu wachen und zu beten. Und sie versagen jämmerlich. Dreimal bittet er sie und dreimal schlafen sie ein. Die Jünger haben den Ernst der Lage offensichtlich überhaupt nicht begriffen. Und kurz danach kommt Judas, der Verräter, mit bewaffneten Männern im Auftrag der hohen Priester. Und sie nehmen ihn fest. Judas zeigt diesen bewaffneten Männern, wer er ist, durch einen Kuss. Freund, sagt Jesus, mit einem Kuss verrätst du mich. Die Dramatik der Gebrochenheit der Menschheit in einer einzigen Szene. Wir tun so oft etwas, das nach Liebe ausschaut und dahinter steckt. Oftmals Gier und Verrat. Sie nehmen ihn also mit und bringen ihn vor den Hohen Rat, das damalige höchste religiöse Gremium mit dem hohen Priester der Juden, der gläubigen Juden in Jerusalem. Der hohe Priester mit seinem Gefolge versucht, Jesus zu überführen. Und er meint ihn zu überführen mit der Frage, bist du der Messias? Jesus bestätigt es. Und sie werden diese Aussage als Gotteslästerung interpretieren. Auf Gotteslästerung steht die Todesstrafe. Die Todesstrafe konnten die Juden selber damals als Volk nicht vollziehen. Das musste die Besatzungsmacht tun. Das waren die Römer. Deswegen führen sie ihn zu Pilatus. Und er ist hier auf diesem Bild zu sehen. Sie werden Jesus dem Pilatus ausliefern. Pilatus verhört Jesus und wird den Anklägern dreimal sagen, Ich finde keine Schuld an diesem Mann, auf die die Todesstrafe steht. Und sie drängen ihn mit dem Ruf Kreuzige ihn, ihn auszuliefern. Pilatus hat sogar noch eine Möglichkeit, eine Art Trumpfkarte. An diesem großen Fest, das bevorsteht in Jerusalem, ist die Tradition, dass er einen Gefangenen freigibt. Und sie drängen ihn, den Barabbas, einen Räuber und Mörder freizugeben und nicht Jesus, den König der Juden, wie Pilatus sagen wird. Sie drängen den Barabbas freizugeben und die Ironie der Geschichte ist Barabbas bedeutet wörtlich Sohn des Vaters. Da steht also der einzige Sohn des Vaters, der nichts anderes wollte, als die Menschheit mit dem Vater Gott zu versöhnen und wird unschuldig zum Tode verurteilt. Wir werden sehen, dass der Unschuldigste von allen die grausamste Strafe erleiden wird, die das Römische Reich zu bieten hat. Die Kreuzigung, auf die er zugeht, war furchtbar und sie war zur Abschreckung gedacht, damit die Menschen, die in diesem Land besetzt waren, das Land war besetzt von den Römern, sehen würden, was denen passiert, die sich auflehnen. Diese Strafe wird Jesus erleiden und am Ende weiß eigentlich keiner genau, warum. Selbst Pilatus wird sagen, wie es auch auf dem Bild gezeigt wird, ich wasche meine Hände in Unschuld. Warum musste Jesus sterben? Wir wissen nur, dass er all das, was er erleiden wird, freiwillig auf sich nehmen wird. Gekreuzigter Herr Jesus Christus, erbarme dich über uns und über die ganze Welt. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld. Wie auch wir vergeben uns an Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Zweite Station, Jesus nimmt das Kreuz auf seine Schulter. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Wir sehen hier im Bild dargestellt, wie Jesus das Kreuz auf seine Schultern nimmt. Wahrscheinlich hat er viel kaputter, viel gequälter, viel gefolterter ausgesehen, als es hier sich zeigt auf dieser Darstellung. Denn wir wissen ja, dass er ausgepeitscht worden ist, dass er die Dornenkrone wahrscheinlich gewaltsam mit einem Schlag auf den Kopf aufgesetzt bekommen hat. Wahrscheinlich geht er auch nicht in dieser Gewandung, sondern eher in dem Rest seines Gewandes, womöglich das auch schon mehr oder weniger in Lumpen war. Wahrscheinlich, wenn er in einem antiken Kerker war, hat er auch Ungeziefer, womöglich sogar Kot an sich gehabt. Er war alles andere als eine schöne Erscheinung, vielmehr ein fürchterlich gequälter Mann, der hier sein Kreuz auf sich nimmt. Wir haben dieses Wort in unserer Sprache spiritualisiert. Und jemand nimmt sein Kreuz auf sich. Wenn jemand leidet, dann sagt er, das ist mein Kreuz, das ich zu tragen habe. Manchmal banalisieren wir es auch, wenn ich irgendwie eine Kleinigkeit erleide und dann sage, ja, das ist halt mein Kreuz oder sowas. Meine Nachbarin ärgert mich oder solche Dinge. In der Antike, das sehen wir hier, bedeutete sein Kreuz auf sich nehmen, zu seiner Hinrichtung gehen. Und zwar, nochmal gesagt, zur grausamsten Hinrichtungsform, die die antike Welt zu bieten hatte. Er nimmt sein Kreuz auf sich. Er trägt das Folterwerkzeug selber bis zum Ende. Wahrscheinlich wird er dabei auch gejagt und getrieben und ausgepeitscht. Und die Menge, die johlende Menge steht daneben und versucht zu verstehen oder zu begreifen oder sich an diesem Geschehen aufzugeilen, was da passiert. Er nimmt sein Kreuz auf sich. Was bedeutet es für uns, wenn wir sagen, er nimmt das Kreuz auf sich? Liebe Gläubige, wenn wir glauben, was Jesus getan hat, dass er das in völliger Freiheit getan hat und dass er es in gewisser Weise für uns getan hat, dann besteht für uns die Möglichkeit, jedes Kreuz, das wir tragen, jedes Leid, das wir tragen, von ihm innerlich mittragen zu lassen. Und so dem Ganzen vielleicht auch etwas abgewinnen zu können. Ich bin der Überzeugung, dass seit Jesus sein Kreuz getragen und auf sich genommen hat, kein Leid mehr in dieser Welt sinnlos sein muss. Auch wenn unfassbar viel passiert, wo wir sagen, hier ist so viel sinnloses Leid. Wenn es stimmt, was wir glauben, dass er der Gerechteste von allen war, dann hat der Gerechteste von allen das größte Unrecht erlitten. Und wenn es die Möglichkeit gibt, sich damit zu verbinden, dann wird auch das Unrecht, das wir erleiden oder die Qual, die wir erleiden oder den Sprott, den Hohn, die Demütigung, die wir erleiden, wenn wir es mit ihm verbinden, auch irgendwie mit seiner Gegenwart erfüllt und bekommt von ihm her womöglich seinen Sinn. Und vielleicht hat der eine oder andere von euch schon mal erlebt, selbst wenn ich spüre, das, was mir passiert, ist Unrecht. Ich habe es nicht verdient und ich lerne, es anzunehmen und ich lerne, da durchzugehen und vielleicht auch im Glauben mit ihm da durchzugehen, dass wir am Ende reifere Menschen sind, als wir vorher waren. Ich habe jedenfalls schon viele Menschen getroffen, die ihr Kreuz auf sich genommen haben und gelernt haben, es freiwillig anzunehmen und zu bejahen. Oft natürlich nach einer Zeit der Abwehr, nach einer Zeit des Haderns, nach einer Zeit des Kampfes. Wie soll es auch anders sein in unserem Menschsein? Aber wenn es gelingt, aus der inneren Verbundenheit mit ihm, aus dem Gebet, das eigene Kreuz anzunehmen und da durchzugehen, dann werden wir im Grunde immer auch reifere Menschen, tiefere Menschen. Und wir werden fähiger, das Kreuz des Anderen zu verstehen und auch mittragen zu können. Jeder von euch hat wahrscheinlich schon mal die Erfahrung gemacht, dass wenn ein Mensch ernsthaft mit ihm mitleidet, ich meine jetzt nicht Mitleid in einer paternalistischen Form, sondern sich ernsthaft auf die Seite des Anderen stellt und mitträgt, sich das Geschehen des Leid nahegehen lässt, dass das erleichtert, den, der da tatsächlich zu leiden hat. In diesem Sinn können wir verstehen, was wir beten, wenn wir sagen, Jesus nimmt sein Kreuz auf sich und wir bitten ihn, dass er auch unser Kreuz mit uns mitträgt. Gekreuzigter Herr Jesus Christus, erbarme dich über uns und über die ganze Welt. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld. Wie auch wir vergeben uns an Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Dritte Station. Jesus fällt zum ersten Mal unter dem Kreuz. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Wenn wir auf den Lebensweg Jesus schauen, dann sehen wir ganz oft Dinge, die man mit dem Wort Erniedrigung beschreiben könnte. Es geht am Anfang los. Er wird ein Kind, das in einem Stall geboren wird, weil in der Herberge kein Platz war. Und wir lesen, dass er das ewige Wort Gottes ist. Und er wird ein Baby, das abhängigste Wesen, das man sich vorstellen kann, das kein Wort sprechen kann. Und er wird gewissermaßen im letzten Dreck geboren, in eine Krippe gelegt, aus der normalerweise das Vieh frisst. Er hielt nicht daran fest, wie Gott zu sein, sondern entäußerte sich. Und er wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich. So steht es im Philippabrief des Paulus und es beschreibt ganz viel von der Wirklichkeit des Lebens Jesu. Er, in dem alles geschaffen ist, der der Schöpfer der Welt ist, fällt hier in dieser Szene, die wir betrachten, kraftlos unter der Last des Kreuzes. Auch hier, dieses Bild ist schön gemalt, aber natürlich viel zu schön dargestellt. Wenn wir die Vorgeschichte nochmal herholen, dass er gefoltert worden ist, dass er mit Dornen gekrönt worden ist, ausgespottet, ausgepeitscht worden ist. Wenn wir vielleicht bedenken, dass das Kreuz ihm auch noch auf den Oberkörper knallt und ihn runterdrückt, dann liegt er im Staub wie der Allerletzte und der Allerärmste. Übersät mit Wunden, übersät mit Dreck und vielleicht mit Füßen getreten und noch weiter gepeitscht, doch wieder aufzustehen. Er, in dem alles geschaffen ist, er, der Gott gleich ist an Herrlichkeit, der Sohn des Vaters, ist dramatisch in den Staub erniedrigt, den er selber geschaffen hat. Und nochmal, er tut es freiwillig. Er will gewissermaßen die letzten Möglichkeiten der Erniedrigung des Menschseins an sich nehmen, auf sich ziehen, selber tragen, damit jeder, der Erniedrigung tragen muss, sich mit ihm verbinden kann und wieder aufstehen kann. Und er wird wieder aufstehen. Wir wissen aus den folgenden Stationen, dass er wieder hinfallen wird und nochmal hinfallen wird. Und er steht wieder auf. Kürzlich, liebe Schwestern und Brüder, habe ich einen Vortrag gehört, in dem der Prediger gesagt hat, wenn wir nicht aufhören, wieder aufzustehen, das heißt, wenn wir in dem, was uns widerfährt, nicht einfach resignieren und aufgeben, dann werden wir immer gewinnen. Niedriger, als Jesus gesunken ist, können wir nicht sinken. All unser eigenes niedrig gemacht werden, auch da, wo wir uns selber niedrig machen, wo wir sündigen, wo wir selber in den Schlamm eintauchen, in den Staub der Erde. Wenn wir nicht aufhören, wieder aufstehen zu wollen, dann werden wir mit ihm immer gewinnen, weil er ist durchgegangen. Gekreuzigter Herr Jesus Christus, erbarme dich über uns und über die ganze Welt. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld. Wie auch wir vergeben uns an Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Vierte Station Jesus begegnet seiner Mutter. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. An dieser Stelle können wir uns fragen, nicht nur, wie geht es Jesus im Erleiden dessen, was er da auf sich genommen hat, sondern auch, wie geht es ihr, wie geht es der Mutter. Sie geht in jedem Fall mit auf diesem Weg. Wir haben im Evangelium vorher gehört, dass seine Jünger bei der Festnahme alle davon gelaufen sind. Die Mutter bleibt dabei. Die Mutter ist das ganze Leben mit ihm gegangen und an seiner Seite gestanden. Wir glauben als Christinnen und Christen, dass die Mutter in besonderer Weise privilegiert war, den Sohn zu empfangen, den Sohn der Welt zu geben und wir glauben, dass sie deshalb ein Maß an innerer Verbundenheit mit ihm hat, das alle andere Verbundenheit übertrifft. Das heißt, wir glauben im Grunde, dass sie das liebesfähigste Herz hatte, das je ein Mensch hatte, ausgenommen Jesus. Sie war mit ihm in einer Weise verbunden, wie nie mehr ein Mensch verbunden sein wird mit dem Sohn. Aber ihr Dienst ist es, alle Menschen in die Verbundenheit mit dem Herrn zu führen. Aber jetzt noch mal, wir schauen auf die Mutter, die ihm begegnet und die ihn tröstet, die wahrscheinlich auch nicht versteht, was passiert, die aber glaubt und vertraut, dass er der ist, der er gesagt hat und dass er diesen Weg geht und zu Ende gehen muss. Wie mag es ihr gehen, ihr Fleisch und Blut so gefoltert, so leidend zu sehen, so sehr zu wissen, was da jetzt kommt, was am Ende dieses Kreuzweges steht, die noch viel dramatischere Folter, unsägliche Schmerzen, der Tod. Wenn sie das liebesfähigste Herz hatte, das ihr ein Mensch hatte, dann hatte sie es auch in der Form des Mitleids. Dann durchdringt ihr eigenes Herz ein Schwert. Das war ja schon in der Geburt, nach der Geburt prophezeit worden vom alten Simeon, als sie Jesus, das Baby, in den Tempel bringt. Dein Herz wird ein Schwert durchdringen. Sie ist auf dem Weg, die Gestalt der Kirche zu werden. Ich habe eben gesagt, ihr Dienst ist es, andere mit ihm in Verbindung zu bringen. Was ist der Hauptdienst der Kirche? Menschen mit Jesus in Verbindung zu bringen. Dass Menschen von innen her erkennen und erspüren lernen, wo sie wirklich zu Hause sind, wo es Vergebung gibt, wo es Heilung gibt, wo es Erneuerung gibt, wo sie aufatmen können, wo sie von Ängsten befreit werden. Wo sie innerlich neu werden können. Sie, die Mutter, ist der erste neue Mensch in Person. In gewisser Weise vorauserlöst, wie wir sagen. Aber wenn wir uns fragen, was vorauserlöst hier bedeutet, dann sehen Sie, wie sehr es hier auch um ein Mittragen und um ein Mitleiden geht. Gott hat. Aber ihr Dienst ist es bis heute für jeden von uns, offen zu sein für alle, die das suchen und auf ihn hinzuweisen. Und deswegen suchen Menschen seit Jahrtausenden auch die Zuflucht bei der Mutter. Denken Sie an unsere Wallfahrtsorte. In meinem Bistum gibt es den wunderschönen Wallfahrtsort Altötting, neben einigen anderen wunderbaren Wallfahrtsorten. Die Menschen gehen dorthin, sie suchen die Nähe der Mutter, damit sie in ihrer Nähe auch die Nähe zum Erlöser finden. Sie ist in gewisser Weise die Mutter der Kirche, die Gestalt der Kirche, die uns ihren Sohn buchstäblich ans Herz legt. Wir sind dankbar für ihren Dienst, für die Kirche und dass sie diesen Weg, den der Sohn geht, bis ans Ende, bis unter das Kreuz mitgegangen ist. Gekreuzigter Herr Jesus Christus, erbarme dich über uns und über die ganze Welt. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Fünfte Station, Simon von Cyrene hilft Jesus das Kreuz zu tragen. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Ganz offensichtlich merken die Römer, die Soldaten, dass Jesus es unfassbar schwer fällt, den Weg bis zu Ende zu gehen. Und sie wollen verhindern, dass er vorher tot zusammenbricht. Und sie nehmen willkürlich einen Mann, der offensichtlich zufällig des Weges kommt, namens Simon von Cyrene, und zwingen ihn, das Kreuz mit Jesus zu tragen. Wenn wir uns fragen, liebe Geschwister, haben wir manchmal im Leben Situationen, die uns aufgeladen werden, die wir uns nicht ausgesucht haben, werden wahrscheinlich viele von ihnen sagen, ja, natürlich, immer wieder komme ich in so eine Situation. Simon von Cyrene ist hier Teil eines Geschehens, das später Weltgeschichte schreiben wird, die Welt verändern wird, ohne dass er es weiß. Er sieht nur, da geht ein Gefolterter, Gepeinigter und droht zusammenzubrechen und er wird gezwungen zu helfen. Wir wissen nicht, wie es ihm damit gegangen ist. Er ist damit auch ausgesetzt. Vielleicht treffen ihn auch die Peitschenhiebe, mit denen die Römer das Geschehen vorantreiben wollen. Vielleicht wird er auch ausgespottet von denen, die am Rand stehen und das Schauspiel beobachten. Aber er tut es einfach. Wir lesen, dass er es einfach tut. Was hat das für uns zu bedeuten? Wir könnten uns in die Szene so hinein versetzen, dass wir sagen, zunächst mal ist das alles entscheidende, Jesus tut alles für uns. Und trotzdem sind wir, wenn wir uns davon berühren lassen, aufgerufen, auch etwas für ihn zu tun. für ihn zu tragen, für ihn in die Welt hinein zu zeigen, zu lieben, zu sprechen. Die meisten, die jetzt zuhören oder zusehen, sind getauft und gefirmt. Und wenn sie sich fragen, was der Unterschied zwischen Taufe und Firmung ist, dann können wir sagen, die Taufe ist das Geschehen, wo Jesus uns in seine Familie hineinzieht, in die Gottesfamilie. Er ist für uns gestorben und auferstanden und tauft uns dadurch in seine Nähe. Wir werden Mitglieder der Familie. Wir werden in die Kirche, in die Gottesfamilie hineingenommen. Und Firmung ist die Bekräftigung dessen, aber mit dem Hinweis, jetzt bist du gewachsen im Glauben, jetzt geh raus und gib Zeugnis davon, was du empfangen hast, als Mitglied der Gottesfamilie. Also man kann in gewisser Weise sagen, Simon von Cyrene wird hier gefirmt. Er tut was für Jesus. Und liebe Geschwister, meine Überzeugung ist, je mehr wir verstehen lernen, dass es in unserem Leben nicht zuerst um uns selber geht, sondern um ihn, desto mehr gehen wir den Weg des Evangeliums, desto mehr gehen wir Jesus nach und desto mehr werden wir, zumindest ist es meine persönliche Erfahrung, aber auch die Erfahrung von vielen anderen, desto mehr werden wir merken dürfen, je mehr es uns um ihn geht, desto mehr werden wir erfahren, wie sehr es ihm um uns geht. Manchmal, wie Simon von Cyrene, müssen wir dazu gezwungen werden, weil der natürliche, der unerlöste Mensch in mir sich zunächst mal völlig um sich selber dreht und meint, ich bin der Mittelpunkt meiner Welt. dann spiele ich nur das Ego-Drama. Gott lädt uns ein, auf seiner Bühne zu spielen. Ego-Drama bedeutet, ich bin der Herr meines Lebens, der Regisseur, der Hauptdarsteller, der Drehbuchschreiber meines Lebens. Je mehr wir verstehen lernen, dass Gott der Regisseur ist, das Drehbuch geschrieben hat und der auf der Bühne des Lebens eine Rolle für mich vorgesehen hat, Je mehr ich in diese Rolle einfinde mich, desto mehr werde ich merken, dass es um ihn geht und ich dabei lerne, tiefer ich selbst zu werden. Manchmal müssen wir dazu gezwungen werden, das zu verstehen. Insofern können wir uns vielleicht innerlich Simon von Zirene an die Seite stellen und beten, Herr, hilf mir auch etwas für dich zu tun, mitwirken zu dürfen an deinem Werk der Welt des Reich Gottes zu eröffnen, in dem jeder Mensch mehr er selbst werden kann, wenn er oder sie spürt, was dein Wille, dein Wunsch für unser Leben ist. In diesem Sinn möchte ich Sie einladen, diesen Simon mal für sich zu betrachten und vielleicht auch sich die Frage zu stellen, Herr, was kann ich eigentlich für dich tun, für dein Leben, für dein Reich, das du uns bringen willst. Gekreuzigte Herr Jesus Christus, erbarme dich über uns und über die ganze Welt. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Sechste Station Veronika reicht Jesus das Schweißtuch. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Diese Station, liebe Geschwister, findet keinen Nachhall in der Bibel. Es ist eine traditionelle Erzählung, dass eine Frau namens Veronika Jesus das Schweißtuch gereicht hat. Und vielleicht wissen Sie, dass die Christenheit mehrere Tücher verehrt, insbesondere zwei, die das Gesicht Jesu zeigen und die man irgendwie in Verbindung bringt mit dieser Szene, dass da eine Frau Jesus das Schweißtuch gereicht hat, aber die womöglich auch Teil der Grabestücher gewesen sind, mit denen Jesus dann ins Grab gelegt worden ist und wo wir etwas von seinem Gesicht erkennen können. Das Grabtuch von Turin ist ein solches, eine Solche Reliquie und das Tuch von Manopelo ebenso und natürlich ist die Entstehung dieser Tücher rätselhaft nicht erklärbar und viele gläubige Menschen reisen dann hin an diese Orte, um das Gesicht Jesu sehen zu können, von dem eine Tradition, vielleicht auch eine Legende sagt, es hat sich ins Schweißtuch der Veronika eingeprägt. Andere leiten den Namen, wenn sie erklären wollen, was damit gesagt werden soll, von der Vera Icona ab, das wahre Bild Jesu Christi. Was sehen wir, wenn wir Jesus anschauen? Das wahre Bild, das Antlitz Gottes. Jesus sagt selber einmal zu einem seiner Jünger, wer mich sieht, sieht den Vater. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. In unserer Theologie kreisen wir öfter um die Frage nach dem Antlitz Gottes. Vielleicht haben Sie schon mal einen Psalm gebetet oder gelesen, in dem es heißt, Herr, lass mich dein Antlitz oder dein Angesicht schauen. Oder die Bitte geäußert, Herr, verstoß mich nicht von deinem Angesicht. Was könnte damit tiefer gemeint sein, außer dass wir einen bildlichen Abdruck von Jesu Gesicht haben. Nun, wenn Sie jemanden ins Gesicht schauen, dann neigen wir als Menschen zunächst mal dazu, oberflächlich hinzuschauen und zu beurteilen, ob jemand vielleicht hübsch oder weniger hübsch ist oder gut aussieht. Wenn Sie einen Menschen gut kennen oder dabei sind, ihn kennenzulernen und ihm ins Gesicht, in die Augen schauen oder die Regungen seiner Mundwinkel oder seiner Stirn betrachten, dann können Sie in einem Gesicht innere Regungen lesen. Und eigentlich, liebe Geschwister, geht es genau um das, dass wir lernen, die Herzensregungen Jesu zu verstehen oder auch unsere gegenseitigen Herzensregungen zu verstehen. Ich habe beispielsweise schon mal in das Gesicht von Mutter Teresa schauen dürfen. Und von außen betrachtet würde man sagen, eine alte, ziemlich verschrumpelte Frau. Von innen her würde man sagen, was für ein Leuchten der Seele, des Herzens kommt einem aus diesem Gesicht entgegen. Und wenn wir von hier uns vorstellen, wie mag der gefolterte, geschundene Jesus auf seinem Kreuzweg ausgesehen haben, der sich da in dieses Schweißtuch der Veronika hineindrückt, hineinprägt, dann sehen wir einen, in dem gewissermaßen alles Leid der Welt einen Gesichtsausdruck findet, aber womöglich zugleich einen, der uns mit dem Leuchten seiner Augen die Hoffnung gibt, dass all das, was da an Leid, an Geschundenheit, an Qual da ist, nicht das letzte Wort hat. Dass der Sieg der Liebe darüber hinaus geht, dass der Sieg des Lebens von der Qual nicht infrage gestellt werden kann, dass er nicht tot zu kriegen ist, auch wenn er am Kreuz sterben wird. Das Gesicht Jesu, liebe Schwestern und Brüder, ist unsere Hoffnung. Lernen wir immer tiefer sein Antlitz verstehen, dass wir in die innere Gegenwart kommen, auch in der Passion und durch die Passion verstehen lernen, was hat er da für uns getan? Herr, was geht in deinem Herzen vor, wenn du das alles in völliger Freiwilligkeit auf dich nimmst für uns? Haben wir nicht die Sehnsucht nach jemandem, der das für uns tut? Haben wir nicht die Sehnsucht nach jemandem, der schenken kann, dass das Leid der Welt nie das letzte Wort haben wird? Wir dürfen uns vor ihn hinstellen und beten, Herr, lass uns dein Antlitz sehen, das Antlitz der Liebe, die alles überwunden hat, was an dieser Welt an Leid und Lüge und Hass und Dreck zu finden ist. Gekreuzigte Herr Jesus Christus, erbarme dich über uns, und über die ganze Welt. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Siebte Station Jesus fällt zum zweiten Mal unter dem Kreuz. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Liebe Geschwister, wenn wir in die Geschichte des Volkes Gottes, des Volkes Israel hineinsehen, dann sehen wir ein großes Auf und Ab, was die Herausforderungen Israels angeht, was ihre Kämpfe angeht, was immer auch ihr Verhältnis zu dem Gott angeht, an den sie glauben. Eine Phase, die schrecklich war, von außen gesehen, für das Volk Gottes, ist die sogenannte babylonische Gefangenschaft, im sechsten Jahrhundert, die für siebzig Jahre viele Israeliten nach Babylon geführt hat, wohin sie verschleppt worden sind. Viele sind auch umgebracht worden, von den leitenden Figuren Israels, aus der Politik, vom religiösen Establishment. Babylon hat Jerusalem platt gemacht, der Tempel war zerstört, das Volk war zerstört, Jerusalem war zerstört und viele waren in dieser Gefangenschaft. Was macht ein Volk, das eigentlich davon lebt, von der Überzeugung und Identität lebt, wir sind das Volk, in dessen Mitte Gott wohnt. Wir haben einen Tempel in der Mitte Jerusalems, der von Gottes Gegenwart geheimnisvoll erfüllt ist. Und jetzt ist alles zerstört, die auserwählte Stadt, die Stadt Davids ist zerstört und das Volk ist in Gefangenschaft. Die Geschichte der Überlieferung Israels wird uns sagen, dass das Volk Gottes aus Babylon nach siebzig Jahren zurückkehrt und zwar reifer und tiefer im Glauben als es vorher war. Die Leidensgeschichte hat das Volk gestärkt und gekräftigt im Glauben. Und in diese Zeit hinein spricht das Buch des Propheten Jesaja auf einmal von einem Gottesknecht. Im Kapitel 53 lesen wir geheimnisvoll von einer Gestalt, die irgendwie mit Gott, mit Israel identifiziert worden ist. Wir lesen, er hatte keine schöne und edle Gestalt, sodass wir ihn anschauen mochten. Er sah nicht so aus, dass wir Gefallen fanden an ihm. Er wurde verachtet und von den Menschen gemieden, ein Mann voller Schmerzen mit Krankheit vertraut. Wie einer, vor dem man das Gesicht verhüllt, war er verachtet, wir der Text weiter, aber er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir meinten, er sei von Gott geschlagen, von ihm getroffen und gebeugt, doch er wurde durchbohrt wegen unserer Vergehen, wegen unserer Sünden zermalmt. Zu unserem Heil lag die Züchtigung auf ihm, durch seine Wunden sind wir geheilt. Liebe Geschwister, diesen Text haben die Christen selbstverständlich nachher auf Jesus bezogen. Auf den, der zum zweiten Mal unter dem Kreuz gefallen ist und sich wahrscheinlich unglaublich schwer getan hat, wieder aufzustehen. Der so Elend ausgesehen hat, mit der Dornenkrone auf dem Kopf ausgepeitscht und verprügelt in den Staub der Erde kraftlos hingefallen. Er hatte keine edle und schöne Gestalt. Und doch auch hier wieder dieses Geheimnis, er hat alles aus Freiheit für uns getan. Stellen Sie sich vor, Sie haben eine Aufgabe und Sie tun sie gern. Wenn Sie die Aufgabe lieben, wenn Sie die Menschen lieben, mit denen Sie unterwegs sind, dann spüren wir, dass wir für eine Aufgabe intrinsische Motivation haben. Von innen her sind wir beflügelt und tun es gern. Wenn diese innere Motivation nicht da ist, dann werden uns Aufgaben von außen auferlegt und wir spüren, wir tun es mehr aus Pflicht und wir sind vielleicht froh, wenn der Dienst endlich zu Ende ist, den wir da zu tun haben, weil wir uns schwer tun, ihn von innen her zu bejahen. das Wunder an der Geschichte Jesu, liebe Geschwister, ist, dass alles das, was wir da an Elend und Leid und Folter und Nacktheit und Tod und Demütigung erleben, dass das alles von ihm freiwillig intrinsisch übernommen worden ist, dass er zu alledem von innen her Ja sagt, warum? Weil er uns liebt, weil er unsere Sünden trägt, wie der Text sagt, weil er uns den Weg zum Heil neu eröffnen will. Er steht wieder auf und er geht weiter und er geht bis zum Ende für uns. Gekreuzigter Herr Jesus Christus, erbarme dich über uns und über die ganze Welt. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Achte Station Jesus begegnet den weinenden Frauen. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Liebe Gläubige, diese Station findet ihre Verankerung in der Heiligen Schrift. Wir lesen, im Lukas Evangelium, es folgte eine große Menschenmenge, darunter auch Frauen, die um ihn klagten und weinten. Jesus wandte sich ihnen zu und sagte, ihr Frauen von Jerusalem, weint nicht über mich, weint über euch und eure Kinder. Was für ein befremdlicher Satz. Da geht der leidende Gottes Mann in fürchterlicher Qual und die Frauen sind zurecht bestürzt und betrübt, die, die womöglich auf seiner Seite sind oder überhaupt die, die sich anrühren lassen von diesem Elend und er sagt zu ihnen, sie sollen nicht über ihn weinen, sondern über sich selber und ihre Kinder. Wie lässt sich das verstehen? Nun, wenn er der ist, von dem wir glauben, dass es ist, nämlich Gottes Gegenwart in der Person dieses Menschen, dann ist sein Handeln und sein Sprechen und seine Zuwendung immer zugleich so etwas wie Rettung und Gericht. das heißt, auf der einen Seite, wir wenden uns ihm zu und fragen uns, was sagt es für mich? Verstehe ich, dass er das für mich tut? Dass Gott hier etwas tut, was zutiefst eigentlich mit meiner Existenz zu tun hat? Lasse ich mich darauf ein? Kann ich eigentlich sogar bejahen, dass er es tut? Die Christen werden später verstehen, dass dieser Weg, den er da zu Ende gegangen ist, wirklich zu ihrem Heil ist. Wir feiern den Karfreitag, natürlich in einer ernsten, feierlichen Stimmung, aber wir feiern die Liturgie des Karfreitags. Warum? Weil wir eigentlich bejahen, was er da getan hat, was er auf sich genommen hat. Das heißt, es ist die Dimension der Rettung und gleichzeitig steckt in dieser Dimension der Rettung, wenn sie für uns alle ist, für die ganze Welt ist, auch sowas wie Gericht. Lasse ich mich davon betreffen? Rührt mich das existenziell an, so dass ich mein Leben auf ihn hin ausrichten und orientieren kann? Oder ist es etwas, was ich wie einen Film angucke aus der Beobachter Perspektive und ein bisschen sentimentale Gefühle habe, die natürlich berechtigt sind, wenn ich einen leidenden Menschen sehe. Aber die Frage ist, hat das was mit mir zu tun? Je tiefer wir dieses Geschehen, liebe Geschwister, an uns heranlassen, desto mehr verstehen wir womöglich, dass Jesus sagt, weint nicht zuerst um mich, sondern um euch und eure Kinder. So viele in Jerusalem lehnen ihn ab. So viele wollen, dass er gekreuzigt wird. So viele Gruppen, auch der religiösen, sind Schaulustige in diesem Prozess, in diesem Vorgang. Die Pharisäer, die Hohenpriester, die Sadduzeer, vielleicht auch die Essener, eine andere gläubige Gruppe. Ein Paar sind vielleicht dabei, so wie seine Mutter, wie die Veronika, vielleicht ein Paar, auch die aus der Ferne zuschauen, die noch zu ihm halten. Alle anderen weint nicht um mich, weint um euch und eure Kinder. An der Qualität unserer Beziehung zu Jesus entscheidet sich unser persönliches Schicksal. Er hat diesen Weg für uns eröffnet. Deswegen sagen wir Herr Jesus Christus Christus. Erbarme dich über uns und über die ganze Welt. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Neunte Station, Jesus fällt zum dritten Mal unter dem Kreuz. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Zum dritten Mal, daran bin ich hängen geblieben, weil in dieser Passion öfter zum dritten Mal vorkommt. Beispielsweise Petrus verleugnet ihn dreimal. Beispielsweise Pilatus, der dreimal versucht, ihn freizukriegen vor denen, die ihn anklagen. Und hier jetzt, er fällt zum dritten Mal. Er zieht es durch, wie wir wissen. Er wird wieder aufstehen. Ich möchte es mal mit dem Blick auf Petrus versuchen, zu verstehen, was er da tut, im Blick auf den, den er trainiert hat und der ihn dann dreimal verleugnet hat. Einen Sprung nach vorn. Jesus ist auferstanden. Jesus begegnet den Jüngern am See von Tiberias. Petrus, der mit seinen Freunden fischen gegangen ist, merkt, dass da am Ufer eine seltsame Gestalt steht, die sie aufgefordert hat, die Netze nochmal rauszuwerfen und sie fangen so viele Fische, dass die Netze fast zu zerreißen drohen. Er spürt, der Herr ist wieder da, er ist auferstanden. Aber er hat ihn dreimal verleugnet. Wenn Sie sich vorstellen, wie es Ihnen gehen würde, stellen Sie sich vor, Sie sind durch die schlimmste Krise Ihres Lebens gegangen und der, in den Sie so viel investiert haben, der hat Sie vorher verleugnet und verraten und ist feige davon gerannt. in dieser Situation ist der auferstandene Jesus jetzt dem Petrus gegenüber und wenn ich mein Herz anschauen würde, dann würde ich sagen, ja, bist du wahnsinnig, weißt du, was du getan hast und ich würde ihn wahrscheinlich so zur Schnecke machen, dass er sich wirklich verkriechen wollte oder ihn bestrafen oder was auch immer. Das ist die natürliche Reaktion. Jesus fragt ihn, dreimal, weil er ihn dreimal verleugnet hat, dreimal, liebst du mich? Kein Vorwurf, kein Schimpfen, kein Kleinmachen, nur die Frage, liebst du mich? Und wir spüren, wenn wir diese Stelle im Evangelium lesen, dreimal hintereinander, ringt Petrus um Worte und benutzt für, ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe, ein anderes Wort als Jesus für die Liebe benutzt. Jesus spricht von Agape, das ist die Liebe, die aus dem Herzen Gottes kommt und Petrus antwortet mit, ja, Herr, du weißt doch und er spricht von Philia, das ist die Bruderliebe, die Freundschaftsliebe. Man spürt, er kommt da mit seiner unreifen Liebe, aber er sagt, Herr, du weißt es doch, du weißt es doch, du weißt doch alles. Und was sagt Jesus dann? weide meine Schafe, weide meine Lämmer. Das heißt, du bist wieder dabei, lieber Petrus. Alles, alles vergeben und vergessen und verziehen und das Kriterium deiner apostolischen Tätigkeit, deiner Leitung der anderen, deiner Sendung, das Kriterium ist die Liebe zu mir. das wird Jesus sagen, der hier in dieser Station, die wir betrachten, zum dritten Mal unter dem Kreuz gefallen ist. Warum? Aus Liebe zu den Menschen, auch aus Liebe zu Petrus und auch aus Liebe zu denen, die ihm nachher die Nägel in die Hände schlagen werden und in die Beine, die ihm die Lanze ins Herz rennen werden. Auch für die stirbt er aus Liebe. Lassen wir uns den, der da am Boden liegt, zum dritten Mal hingefallen ist, lassen wir uns von dem die Frage stellen, liebst du mich? Gekreuzigter Herr Jesus Christus, erbarme dich über uns und über die ganze Welt. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Zehnte Station, Jesus wird seiner Kleider beraubt. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Wie wird das gewesen sein mit den Kleidern? Vermutlich haben sie sie dem geschundenen Leib vom Leib gerissen. Vermutlich dabei schon getrocknete Wunden wieder aufgerissen. Und er steht entblößt vor den Menschen. Was sind unsere Grundbedürfnisse in einem normalen Leben? Die Bedürfnisse, gut versorgt zu sein, natürlich, was zu essen und anzuziehen zu haben, eine Wohnung zu haben. Aber dann auch noch Anerkennung, Wohlleben, Macht, Reichtum, Sicherheit. Wenn wir aus dieser Perspektive dessen, was uns im Leben so ganz wichtig ist, dem natürlichen Menschen in mir, dann sehen wir, dass Jesus gewissermaßen alles, alles verloren hat. Vermutlich ist diese Schamlosigkeit, mit der sie ihn da entblößt hinstellen, auch aus seiner Sicht eine der tiefsten Demütigungen, nackt vor den Menschen zu sein, nicht einmal mehr sich bedecken zu können. Jede Sicherheit ist verloren. Liebe Schwestern und Brüder, was macht das mit uns? Er lässt alles an sich geschehen, wieder aus Freiheit. Man hat das Gefühl, die Welt darf sich an ihm austoben, mit all ihrer Bosheit, mit allem, was in der Welt an Üblem da ist. Er, der Schöpfer von allem ist, der Heilbringer von allem, wird von allem beraubt, was Leben in irgendeiner Form lebenswert macht. Liebe Geschwister, wir wissen, dass es heute Menschen gibt, die gewissermaßen beraubt werden, nackt gemacht werden, gefoltert werden, gequält werden, getötet werden. Und wir wissen auch, dass es das auch in der Kirche gab und gibt. Denken wir an Betroffene von Missbrauch, von Gewalt, von Macht, Missbrauch sexueller Art, von Menschen, die womöglich ihr Leben lang darunter leiden. Es gibt keine Entschuldigung dafür. Wir können das unsere tun, einen so guten Beitrag wie möglich zu leisten aus menschlicher Sicht, dass wieder etwas gut wird oder heilt oder ausgesöhnt wird. Aber die letzte Versöhnung, die eigentliche Heilung, ist meine Überzeugung, gibt es nur bei ihm. Nur bei ihm, der bis zum letzten Blutstropfen alles ausgelitten hat, was die Menschheit jemals ausleiden wird. Es gibt eine Geschichte von Elie Wiesel, dem jüdischen Friedensnobelpreisträger Überlebenden des KZ. Elie Wiesel erzählt von einer Hinrichtung, der er beiwohnen musste im Konzentrationslager. Drei Menschen wurden hingerichtet von den SS-Schergen, zwei Erwachsene und ein Kind aus Willkür, wahrscheinlich, weil irgendjemand versucht hat abzuhauen, hat man drei Menschen willkürlich ausgewählt und sie aufgehängt. Und die anderen KZ-Bewohner mussten zuschauen. Und die zwei Erwachsenen sterben relativ schnell am Galgen. Der kleine Junge, der auch gehängt wurde, zappelt, so erzählt Elie Wiesel eine halbe Stunde an diesem Galgen. Und die anderen müssen zusehen. Und er hört hinter ihm mehrmals eine Stimme fragen, wo ist Gott? Wo ist Gott? Und Elie Wiesel, der gläubige Jude, spürt in sich eine Stimme aufkommen, die da sagt, da hängt er. Wir Christen, liebe Geschwister, wir können diesem Satz, dieser Intuition, dieses jüdischen Schriftstellers voll zustimmen. Wir haben gewissermaßen aus dem Judentum kommend sein Bild vor uns. Wo immer eine leidende Kreatur gesehen wird und wir fragen uns, wo ist Gott, dann dürfen wir sagen, da ist er, da ist er mit dabei. Es gibt keine leidende Kreatur mehr in dieser Welt seit dem Tod Jesu, in der er nicht mitleiden, mittragen würde. Da hängt er. Und es gibt auch kein Leiden mehr, keine Lüge, keine Not, keine Qual, keine Tod mehr, keinen Krieg mehr, da das letzte Wort über unser Schicksal, sprechen würde oder könnte. Er, das ewige Wort Gottes, hat das letzte Wort. Und wenn immer wir bei ihm bleiben innerlich, dann wird er in uns auch das letzte Wort haben, das Wort des Lebens. Gekreuzigter Herr Jesus Christus erbarme dich über uns und über die ganze Welt. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist wie im Anfang so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Elfte Station Jesus wird ans Kreuz genagelt. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Angenagelt sein bedeutet unbeweglich gemacht werden. Jesus kann sich nicht mehr rühren. Die angenagelten Arme, die angenagelten Beine lähmen ihn vollkommen. Ich erinnere mich an eine berührende Begegnung mit meinem verehrten Lehrer Ferdinand Ulrich, einem großen Philosophen. Ich bin mit ihm unterwegs gewesen und wir sind an einem Kreuz vorbeigekommen, philosophiert und auf einmal bleibt er stehen und sagt, und die Philosophie stammelt dieses Geheimnis, wenn sie sagt, der unbewegte Beweger. Der unbewegte Beweger ist eine Formulierung von Aristoteles, der darüber nachgedacht hat, wie Gott sein muss, weil in der Welt alles in Bewegung und Veränderung ist und wer bringt Veränderung in Gang? Dann muss es irgendwie eine Größe, eine Institution geben, die er dann als göttlich identifiziert hat, die unbewegt ist. Der unbewegte Beweger. Liebe Geschwister, Jesus sagt im Johannesevangelium, wenn ich von der Erde erhöht bin, werde ich alle an mich ziehen. Der gekreuzigte, angenagelte, unbewegte, unbewegliche ist der, der alle an sich ziehen will. und überall dort, wo sich Menschen von diesem Geheimnis berühren lassen, innerlich, wo sie spüren, dass er das aus Liebe getan hat, dort lassen sie sich im tiefsten Sinn bewegen, anziehen. Dort ist der Durchgang, der Durchbruch zu einem größeren Leben, zu einem tieferen Heil, das er uns eröffnen und schenken will. der unbewegte Beweger. Wenn Sie sich selber fragen, liebe Geschwister, was Sie als Person im Leben am meisten beeinflusst, kommen wir vielleicht auf viele Dinge, also auf Personen, vielleicht auch auf äußeren Druck, vielleicht auch manchmal wir handeln aus Angst oder aus vielen Gründen, die oft äußerlich sind. Aber was uns innerlich am meisten berührt und verändert, ist die Erfahrung von Geliebtsein. Und die Erfahrung von Geliebtsein, die drückt sich natürlich auch aus im Handeln, aber es ist zutiefst, wenn es denn mir nahe geht, eine innere Erfahrung und die selber dann nicht mehr automatisch in äußerer Bewegung zu sehen ist. Gott ist der unbewegte Beweger aus Liebe. Der Gekreuzigte will uns an sich ziehen. Und sie dürfen sich die ausgestreckten Arme vorstellen als die Arme, mit denen der unbewegte Beweger die Welt umarmt und sie umarmt und an sich zieht und an sein Herz zieht. Paulus wird sagen, berührt von diesem Geheimnis. Was kann mich trennen von der Liebe Christi? Kälte, Hitze, Verfolgung, Schwert, böse Brüder, nichts kann mich trennen von der Liebe Christi. Der unbewegte Beweger, der gekreuzigte und auferstandene Herr hat sein ganzes Leben bewegt und umgedreht und neu gemacht. Und das Leben von so vielen Menschen auf dieser Welt, seit er vor 2000 Jahren sich hat annageln lassen, sich hat unbeweglich machen lassen. Es kommt noch dazu, liebe Geschwister, dass dem getöteten Jesus die Seite aufgestochen wird. Er verblutet buchstäblich, er gibt sein ganzes Herz, er zerreißt sich das Herz für uns. Das Herz der Welt, die Umarmung für die Welt. Wenn wir das innerlich verstehen, lassen wir uns an ihn ziehen und mit ihm ins Leben gehen. Gekreuzigte Herr Jesus Christus, erbarme dich über uns und über die ganze Welt. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Zwölfte Station, Jesus stirbt am Kreuz. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Ich habe es im Kontext der Betrachtungen dieser Kreuzweg-Bilder schon einmal gesagt. Jeder Mensch kommt in die Welt, in diese Welt, um zu leben. Dieser Mensch kommt in die Welt, um zu sterben. Im Johannesevangelium lesen wir, dass seine letzten Worte sind, es ist voll bracht, es ist voll endet. Das, wozu er gekommen ist, ist jetzt durchgeführt. Den Willen des Vaters hat er bis zum Ende getan. Natürlich wissen wir als Christen, dass er auferstanden ist und dass das das entscheidende von allem ist, aber vorweg geht dieser Weg durch die Qual, durch die Folter, durch den Tod. Jesus wird auch sagen, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Kurz bevor er stirbt. Und die Bibel Exegeten haben sich immer wieder gefragt, was bedeutet dieses Wort? Er tut doch den Willen des Vaters bis zum Ende. Welche Art von Verlassenheit spürt er da? Mein Versuch dieses Wort zu verstehen ist, wenn wir einen anderen wirklich lieben, dann treten wir innerlich auf seine Seite und wir lassen uns die Freude und das Leid des anderen wirklich nahe gehen. Und Jesus kommt in diese Welt um sich die Gottes Entfernung der Menschen, die in einem anderen Wort auch Sünde heißt, weil auch die böse Tat folgt ja aus der Gottes Entfernung der Menschen, aus einem Leben, als ob es Gott nicht gäbe. Jesus lässt sich diese Gottes Entfernung so nahe gehen, wie nur irgend denkbar. Er lässt sich die dem Tod verfallene Menschheit so nahe gehen, wie nur irgend möglich. Er nimmt alles auf sich. Bis dahin, dass Paulus die Formulierung verwenden wird, er, der keine Sünde kannte, ihn hat Gott zur Sünde gemacht. Wenn wir wissen wollen, wie einer aussieht, der alle Gottes Entfernung der Welt, alles Leid der Welt, das aus der Gottes Entfernung folgt, wenn wir wissen wollen, wie so einer aussieht, dann schauen wir auf den gekreuzigten Herrn, zur Sünde gemacht. Und er ruft gewissermaßen in dieser Identifikation mit der Gott verlassenen Menschheit aus, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und zieht gerade so uns die Gott verlassenen hin zu sich und hin zum Vater. Und er gibt den Geist auf. Auf dem Bild, das wir sehen, sehen wir zwei Gestalten. Maria, die Mutter und Johannes, den Lieblingsjünger. so will es zumindest die Tradition. Im Evangelium selber, in dem diese Szene geschildert wird, haben beide Gestalten keinen Namen. Er wird vom Kreuz herunter, kurz bevor er stirbt, als eine Art letzten Hoheitsakt sagen, siehe dein Sohn, siehe deine Mutter und er, der Sohn, nimmt sie von da an zu sich, die Mutter. Ich bin überzeugt, liebe Geschwister, dass hier der sterbende Jesus schon seine Fruchtbarkeit ausgießt und die neue Gottesfamilie gründet. Seine Mutter, die er als Frau anspricht, nicht mit Namen anspricht, steht typologisch für die Gestalt der Kirche. Die Kirche ist eine Frau, eine Mutter, wie wir immer wieder sagen, Mutterkirche und sie hat als Kinder alle die, die Jesus lieben und die bereit sind, mit ihm bis unter das Kreuz zu gehen und immer noch zu glauben, dass er der Erlöser ist, obwohl er da gerade stirbt wie der letzte Verbrecher. Und wir lesen dann bei Johannes, er gibt den Geist auf. Man könnte auch übersetzen, er übergibt den Geist. In einer gewissen Weise ist für die beiden, die da stehen, unter dem Kreuz, schon Pfingsten, schon Erneuerung, schon Geist Empfang und Neuwerden als Gottesfamilie. Auch wir können von ihm her, von seinem Sterben den Geist her empfangen, wenn wir glauben, dass er aus Liebe für uns gestorben ist. Gekreuzigter Herr Jesus Christus, erbarme dich über uns und über die ganze Welt. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. 13. Station. Jesus wird in den Schoß seiner Mutter gelegt. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Wir kennen alle diese Darstellungen, die Pietà genannt werden. Die Mutter sitzt da und hält den Leichnam ihres Sohnes, ihres geliebten Sohnes in den Armen. Voller Trauer, voller Schmerz. Und doch, sie ist die Glaubende schlechthin. Und wir können diese Szene auch deuten, sie gibt uns, sie gibt uns den Sohn. Immerfort in ihrem Leben Gibt gibt sie uns den Sohn. Wenn wir an den Anfang ihrer Sendung denken, empfängt sie den Sohn nach der Ankündigung durch den Engel und an Weihnachten gibt sie ihn uns zum ersten Mal. Sie legt ihn in die Krippe und sie tut es für uns und sie empfängt die Ersten, die da kommen, ihn anzubeten, die Hirten, die drei Weisen. Sie gibt ihn uns und ihre Sendung, ihr Ziel ist uns den Sohn geben, uns mit dem Sohn bekannt machen, uns zum Sohn hinzuführen. Sie tut es an Weihnachten, sie tut es in dieser Szene, sie tut es an Pfingsten, denn an Pfingsten ist sie dabei, als die Jünger beieinander sind und beten, um den Geist Jesu beten, den er ihnen vorausgesagt hat. Und sie ist ja schon in geheimnisvoller Weise immer schon erfüllt von seinem Geist und sie betet gewissermaßen diesen Geist mit auf die Jünger und auf uns alle herab. Sie ist die, durch die Christus ursprünglich in die Welt kommt, in einem zutiefst ursprünglichen Sinn, leiblich und geistlich. Sie gibt den Sohn der Welt. Deswegen ist sie auch die Gestalt der Kirche, die Mutter der Kirche, die Ursprungsgestalt von Kirche. Wir gehen, wenn wir pilgern, in aller Regel zu marianischen Pilgerorten, weil wir hoffen und beten, dass wir durch ihre Nähe näher zum Sohn kommen, dass sie uns den Sohn gibt oder den Geist des Sohnes vermittelt, sodass auch in uns dann etwas passieren kann, was was sich in ihr buchstäblich leiblich ereignet hat. Die Geburt des Sohnes. Von Angelus Silesius, einem Barockdichter, gibt es das Wort und wäre Jesus tausendmal geboren und nicht in dir. Du wärst doch ewiglich verloren. Also wir sind berufen, Menschen der Kirche zu werden, die den das Wort Gottes von Bethlehem, den gekreuzigten Herrn und den Auferstandenen in seinem Geist in uns aufnehmen und als Liebe zur Welt bringen, als Liebe der Welt geben. Wenn sie in die Messe gehen, liebe Geschwister, und zur Kommunion gehen, dann dürfen sie sich auch vorstellen, dass da die Mutter sitzt, mit ausgebreiteten Armen und ihnen den gekreuzigten und Gott sei Dank auch auferstandenen Herrn gibt, der in diesen Gaben von Wein und Brot gegenwärtig ist und diese erfüllt und verwandelt hat. Wir sind berufen, Kirche zu werden, Menschen, die bis unter das Kreuz mitgehen, die uns gewissermaßen wie sich den Gekreuzigten ans Herz legen lassen, um dann mit ihm ins Leben zu gehen. Wir danken dem Herrn auch für dieses Geschenk seiner Mutter. Gekreuzigter Herr Jesus Christus, erbarme dich über uns und über die ganze Welt. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Vierzehnte Station, Jesus wird ins Grab gelegt. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Mit der Grablege endet der Kreuzweg. Und natürlich wissen wir als Christen, dass da noch was danach kommt. Aber zunächst mal halten wir das aus, dass der gekreuzigte, Tote Jesus ins Grab gelegt wird. Da ist ein Mann namens Josef von Arimathea, der das Grab zur Verfügung stellt. Und die Römer beschließen zur Sicherheit, damit nicht der Leichnam gestohlen wird, das Grab wird anständig verriegelt und es wird bewacht. Und die Gelehrten und die Theologen und Theologinnen aller Zeiten fragen sich, wo ist Jesus, wenn er tot ist? Der Urheber des Lebens ist als Mensch gestorben, wirklich gestorben. Was ist mit ihm jetzt? Eine Frage ist, wo ist Jesus am Kar-Samstag? Im Glaubensbekenntnis beten wir hinabgestiegen in das Reich des Todes. Und die jüdische Überlieferung, die sagt uns, die spricht noch nicht so sehr von der Hölle, die sagt uns eher, dass es eine Wirklichkeit gibt, eine Scheol, die aber weniger wirklich ist, als das, was wir als Wirklichkeit wahrnehmen. Also gewissermaßen Halbtot. Dort sind Schattenwesen, die irgendwie so ausgedünnt da vor sich hin existieren. und wir glauben, dass Jesus in die Welt des Todes hinabgestiegen ist, also womöglich in diese Scheol. Und wir haben Ikonen, wo Jesus da hinabsteigt und beispielsweise den Adam, den ersten Menschen, der aber gefallen ist, am Arm packt und triumphierend hinauszieht ins Leben. Das heißt auch, Jesus ist nicht nur für die Lebenden und Zukünftigen gestorben, sondern auch für die, die in der Vergangenheit gestorben sind. Hinabgestiegen in das Reich des Todes. Und der Theologe Hans Urs von Balthasar deutet dieses Geschehen anders als diese Ikonen, die einen triumphierenden Jesus, schon den siegreichen Jesus zeigen, sondern einen, der in seiner Entäußerung, in seiner abgründigen Demut und Hingabe gewissermaßen auch nochmal den, der da im Reich der Scheol ist, unterfängt und herausholt. Wenn Sie sich beispielsweise einen kranken Menschen vorstellen, nehmen wir mal ein kleines Kind, das krank ist, und da ist eine Mutter, die sich um das Kind kümmert, weil es krank ist, man hat den Eindruck, dass das Kind dann schneller gesund wird, wenn sich eine liebende Mutter um das Kind sorgt. Das wissen wir tatsächlich auch aus empirischer Forschung über Krankheit, wenn eine gute Verbindung ist zu Personen, die dich liebend umsorgen, dann wirst du schneller gesund, auch physisch. Die Mutter trägt in gewisser Weise dieses Kind, sie umsorgt es und trägt es. Und jetzt stellen sie sich da irgendwie diesen Halbtoten in der Scheol vor. Und Jesus liebt so sehr, dass er in seinem Sich-Hingeben gewissermaßen auch nochmal die Arme ausbreitet, aus Liebe und auch den nochmal unterfängt. Also jetzt mit einem paradoxen Satz gesagt, er ist gewissermaßen Toter als der Tote, weil er aus Liebe nochmal sich darunter begibt, und ihn hinaus zu heben. Also eine natürlich spekulative Erklärung in der Frage, wo war Jesus eigentlich am Karsamstag und was könnte es bedeuten, wenn wir sagen, hinabgestiegen in das Reich des Todes. Ein schönes Detail ist noch, der Johannes Evangelist erzählt uns, dass dieses Grab in einem Garten ist. Und später werden wir sehen, dass Maria von Magdala Jesus zunächst mal den Auferstandenen für den Gärtner hält. Und das ist ein Spiel mit dem Bild, dass Jesus das Paradies, das im Bild des Gartens daherkommt, dass Jesus das Paradies wieder aufgeschlossen hat. Der Mensch musste das Paradies verlassen in seiner Gottesentfernung und hier ist jetzt wieder die Möglichkeit durch ihn, durch seinen Tod und seine Auferstehung in den Garten zu gehen, wo der Mensch heil ist und heil empfängt und die Rückkehr zu Gott, zum Vater durch den Sohn, der uns an sich zieht. Aber nochmal, am Karsamstag ist der einzige Tag im Kirchenjahr, wo keine Liturgie gefeiert wird. Das heißt, wir dürfen auch aushalten, dass er auch mal nicht da ist. Natürlich in der Hoffnung auf das, was kommt und trotzdem in der Bejahung und im Nachvollzug, dass er wirklich für uns gestorben ist. Gekreuzigte Herr Jesus Christus, erbarme dich über uns und über die ganze Welt. Vater unser Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.